Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen NerdyTech Review. Heute mit einem kurzen Tutorial zu dem wahrscheinlich am meisten erwartetsten in einem iOS 11 Update. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr ohne zusätzliche Apps oder ähnliches euren iPhone Bildschirm aufnehmen könnt. Und zwar mit Hilfe, naja, mehr oder weniger gut versteckter hauseigener Software. Ihr geht hier in die Einstellungen unter, und das ist jetzt ganz wichtig, iOS 11. Ich zeige euch das einmal ganz kurz, allgemein, Info. Und da seht ihr es, Version ist 11.0. Die ist ja vor geraumer Zeit schon in die Public Beta gegangen. Wer dazu ein Video sehen möchte, wie man an dieser Public Beta teilnimmt, der schaut sich einfach diese unten verlinkte Playlist an zu meinen iOS 11 Reviews. und das Update, im Herbst kommt es für euch alle, sowieso in der Vollversion, bringt bekanntermaßen ein ganz redesigntes Kontrollcenter mit. Hier sehen wir jetzt schon eine Auswahl an Apps unterhalb dieser Reiter. Hier ist die Displayhelligkeit und so weiter. Und diese zwölf Buttons da drunter, die könnt ihr quasi frei belegen, so wie ihr es gerne hättet. Zumindest ist das bei mir so. Ihr könnt da noch viel mehr machen, aber dann müsst ihr tatsächlich hier im Kontrollzentrum nach unten swipen. Ihr könnt, glaube ich, bis zu 15 oder sogar 16 Programme dort verlinken. Und ein interessanter Punkt ist hier die Funktion Bildschirmaufnahme. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Der Knopf in meinem Fall jetzt, nur damit ihr wisst, welches Symbol es ist, unter der Helligkeitsregelung. Da tappen wir einmal drauf und dann seht ihr entweder einmal Bildschirmaufnahme. Da würde dann die Aufnahme sofort starten oder Aufnahme starten. Und dann läuft ein kleiner Timer runter. Außerdem habt ihr da drunter noch stehen, Mikrofon Audio ein oder wenn wir drauf drücken, aus. Das heißt, wollt ihr euren eigenen Sound aus dem iPhone internen Mikrofon mit aufnehmen, ja oder nein. Das Ganze, entgegen meiner Erwartung, funktioniert sogar mit Ingame Sound. Das heißt, wir gehen jetzt hier als Beispiel in Pokémon Go und könnten da also, wenn wir es hier eingestellt hätten, in den Einstellungen tatsächlich auch die Ingame Musik und Soundeffekte aufnehmen. Das einzige Problem ist daran, dass das iPhone das Ganze zu einem fertigen Produkt zusammen mischt. Das heißt, der Ingame Sound wird direkt aus dem Spiel herausgenommen und nicht, auch wenn ihr den Lautsprecher anhabt, über das Mikrofon aufgezeichnet. Dementsprechend ist die Qualität natürlich top, weil direkt die Sounddatei aus dem Spiel genommen wird. Die Lautstärke ist aber unglaublich hoch und vermischt sich mit, falls ihr das mit aufnehmen wollt, dem Ton, den euer Mikrofon aufzeichnet. Das heißt, wenn ihr redet, seid ihr leider Gottes ziemlich leise im Verhältnis zum Ingame Sound. Das ist wahrscheinlich auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich, aber gerade bei Pokémon Go war das leider so. Und da am Ende nur eine einzige Videodatei rauskommt, mit nur einer Tonspur, die ihr extrahieren könntet bei Videoschnittprogrammen, habt ihr leider keine Möglichkeit, diese beiden Tonspuren gegeneinander noch abzumischen. Das ist das einzige Problem. Wie sich das mit anderen Spielen verhält, weiß ich nicht. Wer die Funktion gar nicht braucht, sondern sagt, ich zeichne lieber irgendwas auf und spreche dann später drüber, dem zeige ich jetzt lieben gerne nochmal, wo man das Ganze überhaupt findet, denn von Haus aus werdet ihr es dort nicht sehen. Ihr geht einfach in die Einstellung und dann hier unter dem bekannten Punkt Kontrollzentrum. Da seht ihr einmal Zugriff von Apps aus, das ist klar. Und dann können wir jetzt hier, das ist neu, die Steuerelemente anpassen. Und da seht ihr die Funktion Screen Recording. Die könnt ihr auch hier verschieben, damit ihr entscheiden könnt, wo genau die im Kontrollzentrum steht. Die sind jetzt hier alle schon mit einbezogen. Weitere Steuerelemente seht ihr außerdem hier unten und da wird die dann am Anfang auch beistehen. Dann müsst ihr da einfach auf Plus drücken links und euch dann hier über diese Reiter, diese Funktion kennt ihr ja sicherlich schon, aussuchen, wo ihr das Ganze hinhaben wollt. Screen Recording in iOS 11 direkt von Apple ohne Jailbreak, Cracks oder ähnliches. Sehr, sehr coole Funktion. Ich hoffe, euch hat diese Information gefallen. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Fragen und Anregungen dazu jederzeit gerne in die Kommentare. Ihr könnt eventuell noch versuchen, das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, zum Beispiel noch über ein Lavalier oder Ansteckmikrofon extern euren Sound aufzuzeichnen und dadurch vielleicht eine bessere Verständlichkeit zu bekommen. Das kann ich aber so alles noch nicht bestätigen, ob das wirklich funktioniert. Und naja, lasst mich wissen, was ihr von der Funktion haltet, wofür würdet ihr sie am ehesten benutzen und seid ihr überhaupt selber schon Beta-Tester oder nicht? Wir diskutieren. Hat mich gefreut. Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Jens von Nölntalk. G encouraged. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR